Nun denn, wie gesagt und bestätigt, Bild zu sehen, Ton zu hören, dann möchte ich euch auch recht herzlich an dieser Stelle grüßen zum Freitag, dem 7.2.2020, erster Freitag im Monat und ich begrüße euch recht herzlich zu unserem JFD Live Event mit dem ORB-Algo, Live-Algo, Expert Advisor, Live-Trading und das Ganze zu und das werdet ihr wissen, sonst werdet ihr nicht angemeldet beim heutigen Webinar. Zu unserem Live Event, dem Non-Farm-Payrolls. US-Arbeitsmarktbericht steht in knapp 30 Minuten auf der Agenda und ich freue mich sehr, dass wir heute wieder Christoph am Start haben, hier zugeschaltet aus den USA. Glücklicherweise hatten wir das Vergnügen, uns erst im Januar persönlich zu sehen, nämlich in Ludwigsburg, wo hier die GFD Germany GmbH sitzt. Da hatten wir direkt ein schönes Meeting. Christoph hat mich auf jeden Fall gefreut, dich zu treffen. Ich schalte auch gleich mal das Mic kurz an, um auch festzustellen, ob du zu hören bist. Christoph. Halli, hallo, Christian und alle zusammen, die hier heute zu Gast sind. Super, Christoph, wunderbar. Du bist zu hören. Auch das bitte, liebe Teilnehmer, mal kurz bestätigen im Chat und dann geht es natürlich los im Rahmen dessen und das werdet ihr vielleicht auch mitbekommen haben. Wir haben ein Stück weit die Zeit nach vorne verschoben vor dem Hintergrund. Wir hatten ja zuletzt mal 14, 15 das Webinar angelegt und dann sind wir so ein bisschen von einem ins andere gekommen, haben den Algo erklärt. Und dann haben wir festgestellt, Christoph, hast du mir bestätigen können, die Non-Farms beginnen schon in 20 Sekunden und da waren wir etwas oder vielmehr eigentlich du etwas unter Druck, aber du hast das, sage ich mal, mit einem Kalkül super gelöst, einfach nur sauber abgespult, hast dich da auch nicht stressen lassen, wie das ja auch bei vielen Marktteilnehmern durchaus auch nicht unnormal ist, dass man sozusagen hier ein bisschen kribbelig ist vor den News, gerade wenn man Positionen hat. Da hast du uns auf jeden Fall mit einer Ruhe ein Stück weit abgeholt zuletzt und jetzt haben wir, wie gesagt, noch viel, viel mehr Zeit. Ich will aber auch gar nicht so viel der Vorrede natürlich verlieren, weil erstmal wirst du noch was kurz zu dir sagen, beziehungsweise ohnehin das Ganze jetzt dann übernehmen, liebe Leute. Ich werde dann auch den Bildschirm gleich an Christoph überleiten, bevor ich das natürlich tue. Noch mal ganz kurz hier der Hinweis, es ist ein Live-Event. Christoph handelt in der Regel auch mit einem Live-Account, jetzt auch nicht mit einem Million-Dollar-Account, um Gottes Willen, das ist gar nicht notwendig, aber es ist eben echtes Trading, echte Ansagen. Sein Algorithmus arbeitet hier entsprechend und das sind natürlich auch keine Handelsempfehlungen, sondern im Prinzip einfach nur ein View, wie er denn den Markt covert. Jeder ist für sich selbst verantwortlich und deswegen müssen wir ganz klar immer wieder darauf hinweisen, dass es hier mehr oder weniger keine Handelsempfehlungen sind. Ansonsten, welcome to JFD, liebe Leute. Wir sind mittlerweile von dem Broker-Status zur Bank gewechselt, haben Multi-Asset-Universum. Wer uns noch nicht kennt, sollte auf unserer Webseite stöbern. Mittlerweile auch echter Aktienhandel kostenfrei. Auch an der Stelle wichtiges Gimmick und ansonsten werden wir dann sicherlich auch gleich mal hier ans Eingemachte gehen. Jetzt kommen auch schon verschiedene Fragen, die werde ich dann jetzt erstmal sondieren, liebe Leute. Also der Chat ist relativ voll und der Raum füllt sich auch schon gut dreistellig. Also ich bin echt froh, dass wir hier heute wieder einen schönen Zuspruch finden, Christoph, was natürlich in erster Linie sicherlich auch an unserer heutigen Headline liegt. Und da will ich nochmal kurz darauf hinweisen, liebe Leute, für alle, die dieses Webinar oder die Aufzeichnung sehen, hier unter Webinare, unter JFD Research findet ihr immer wieder Aktuelles. Und Christoph hat hier im vergangenen Jahr in der Vergangenheit auch immer wieder Programmierlehrgänge oder auch Webinarlehrgänge, Online-Seminare angeboten mit uns zusammen. Und das werden wir dieses Jahr sicherlich auch forcieren. Dazu wird Christoph noch ein bisschen was sagen. Wir haben ja auch eine Kooperation am Start. Aber jetzt, wie gesagt, Christoph, haben wir noch gute 25 Minuten. Du kannst uns ein bisschen abholen mit deinem Algo und auch noch was zu dir erzählen. Sehr gerne, Schrägstrich eben auch, was im Januar lief. Da habe ich so im Hinterkopf, hattest du dem Algo auch im Einsatz und hattest hier, wie gesagt, gute Erkenntnisse ziehen können. Insofern würde ich dir gleich das Bild rüber schießen, auf gut Deutsch. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, liebe Leute, wir sind gespannt, was rauskommt zu den Normen von Payrolls. Grundsätzlich hatte ich heute Morgen auch das Ganze ja schon in meinem Devisenradar angesprochen. Am Ende des Tages werden wir mal sehen, wie die Märkte reagieren. Ich gebe aber noch mal den Hinweis, zu News gibt es, und das ist nicht von uns gemacht oder irgendwie eine Broker-Zauberei, sondern eben grundsätzlich bei News trocknet der Markt auch aus. Die Spreads dehnen sich aus und dann herrscht eine gewisse Unsicherheit, eine Illiquidität, die dann auch schlagartig sich wandelt. Das führt in der Regel auch zu Spread-Ausdehnungen, die total marktbedingt sind. Aber ihr müsst wissen, wenn ihr eben hier mit einem Market Maker arbeitet, der legt da auch gerne noch mal ein paar Pips drauf und zieht die Spreads noch weiter auseinander, als es eigentlich vom Markt üblich ist. Deswegen JustFairDirect, JFD, euer Marktzugang, wenn ihr hier keine Spielchen haben wollt. So, jetzt habe ich genug der Worte verloren. Zum Christoph habt ihr sicherlich auch seinen Werdegang gesehen. Klassischer Natur. Und jetzt aber mal den Bildschirm rüber zu dir, Christoph. Bist du bereit? Ich bin bereit, jawohl. Schieß los. Dann, kleine Sekunde, zwei Klicks. Muss ich jetzt bestätigen hier, meinen Bildschirm übertragen, jawohl. Richtig Bildschirm. Ich sehe alles und höre dich auch super. Die Teilnehmer haben auch schon bestätigt, dass du gut zu hören bist. Und insofern, lass uns doch direkt hier anknüpfen, was du uns mitgebracht hast. Und ich würde sagen, die Bühne gehört dir. Liebe Leute, wenn ihr noch Teilnehmer, wenn ihr Fragen habt, teilt sie uns im Chat mit. Ich sammle es ein Stück weit. Und wenn es passt, Christoph, wenn es okay für dich ist, würde ich dir einfach einstreuen, oder? Das ist richtig. Das ist gut. Ja, streue sie einfach ein. Halt mich am Zaum hier und da, wenn ich zu viel plappere und unterbriche mich, wenn es eine wichtige Frage gibt. Super. Das ist gut. Das machen wir so wie immer. Perfekt. Dann, wie gesagt, Bildschirm ist da. Du bist super zu hören. Dann nehme ich mich jetzt ein bisschen zurück. Du hast, wie gesagt, wir haben jetzt in der Regel bis 15 Uhr adaptiert von der Zeit, liebe Leute. Also, wenn die Non-Form-Perils gelaufen sind und dann nach 15 Minuten nicht wirklich mehr passiert ist, werden wir wahrscheinlich das Webinar auch nicht unnötig in die Länge ziehen müssen. Insofern, wir lassen uns mal überraschen, was passiert. Wir werden es auswerten. Und ohnehin, Christoph, bin ich mal gespannt, was du uns jetzt zu erzählen hast. Vielleicht hast du ja auch das eine oder andere wieder adaptiert in deinem Algo. Ja, genau. So ist es. Ich habe zumindest ein bisschen weiter geforscht, um das Ganze in Richtung Robustheit zu bringen. Diejenigen unter Ihnen, die meinem Blog folgen, der immer freitags rauskommt, werden das wahrscheinlich verfolgt haben, aber sind sicherlich nicht alle informiert. Deswegen rolle ich das Ganze einfach mal von vorne auf. Also, mein Name ist Christoph Ensslin. Ich bin, das will ich schon fast sagen, ich bin 42 Jahre und Elektroingenieur. Aber das stimmt nicht ganz. Ich bin 41 Jahre und ich bin Banker und bin im Stuttgarter Raum in Esslingen aufgewachsen. Ja, war dann bei der Landesbank Baden-Württemberg. Bei der Hypovereinsbank habe ich dann den Devisenhandel gelernt, habe den zur Deutschen Bank weiter mitgenommen und habe dort im Prinzip weitergemacht. Und wir haben da Firmenkunden betreut, hauptsächlich bis 2010 oder Ende 2009, Anfang 2010, habe ich mich dann selbstständig gemacht im Bereich Devisenberatung, hauptsächlich für Firmentreasuries, für Firmenkunden. Und was dann aber sich daraus ergeben hat, sind im Prinzip mein Faible für, das teilen wir sicherlich alle, für das Trading und da ganz speziell für das algorithmische, für das regelbasierte Trading. Da bin ich dann eben in die EA-Programmierung gekommen, ab 2000, ja Ende 2011, Anfang 2012 und seit Frühjahr 2012 mache ich das Ganze auch für Kunden, für Kunden, die nicht meine Mutter sind. Genau, und da ist seitdem eben jetzt wirklich intensiv im Programmieren dieser EAs, EAs, für alle, die es nicht wissen, das sind, das steht kurz für Expert Advisor und das ist im Prinzip nichts anderes als ein Trading Robot, eine kleine Software, kleine oder auch größere manchmal, die man auf so Sachen wie Euro-Dollar oder eben CFDs, wie jetzt den US-30 Cash oder US-500 Cash oder auch den DAX, das DAX CFD DE-30 Cash anwenden kann und wo dann automatisch der Metatrader 4 oder auch der Metatrader 5, wenn es für den programmiert ist, automatisch diese Regeln, diese Handelsregeln umsetzt. Genau, und das ist eben im Prinzip sehr angenehm, weil dann schafft man sich selber als Trader ein bisschen Freiraum, einerseits um die Strategien weiter zu entwickeln, um die zu untersuchen, statistisch im Prinzip nachzuweisen, ist da jetzt was dran an dem Ansatz oder nicht und natürlich auch, um wirklich die Strategie umzusetzen. Daran hapert es ja oft, dass man sich eine Strategie zurechtlegt und diese dann aber, weil eben das Bauchgefühl, was andere sagt, Ängste und Begierden spielen da natürlich eine große Rolle, dass man da sich eben nicht hundertprozentig an diese Regeln hält. Und das nimmt einem dann wirklich eine Software, ein EA, hundertprozentig ab. Das ist wirklich klasse und hat in meiner Erfahrung auch wirklich mein Trading auf ein ganz neues Niveau gebracht. Jetzt zu, genau, zu dem Thema Robustheit. Also wir hatten dieses, was wir schon jetzt seit einem guten halben Jahr, glaube ich, Christian, machen wir das, dass wir unseren Open Range Breakout Strategie, unseren EA, auf im Prinzip nicht klassisch anwenden. Also Open Range Breakout heißt eigentlich, dass wir von, sagen wir mal, von 7 bis 8 Uhr messen wir eine Range, die Open Range, also die Eröffnungs Range und handeln dann Ausbrüche daraus. Und anstelle, dass wir das klassisch anwenden, jeden Tag oder zu gucken, ist es heute sinnvoll oder nicht, gibt es News oder ist der Markt gerade trocken oder tut sich einfach nichts, habe ich das speziell quasi zweckentfremdet seit einem guten halben Jahr, diesen Algorithmus und speziell jetzt auf News Trading angewendet. Also wir messen eine Range, um entweder kurz vorher oder kurz nach der News Veröffentlichung und handeln dann Ausbrüche daraus. Kurz zur Geschichte, wir hatten, ja, anfangs hatte ich immer die Range vor dem, und wir nehmen mal als Beispiel, nehmen wir halt die Non-Farm Payrolls, den US-Arbeitsmarktbericht, der regelmäßig für gute Kursausschläge sorgt, um einfach das Ganze auszuprobieren. Aber gilt genauso natürlich für andere News Veröffentlichungen, die geplant oder die planbar sind, wie jetzt zum Beispiel ECB-Sitzungen oder FED-Sitzungen oder vielleicht ein ZDW-Index oder das Bruttoinlandsprodukt oder was auch immer einfach eine wichtige Neuigkeit ist, die planbar zu einem gewissen Termin auf den Markt kommt. Genau, und da war eben zuerst der Ansatz zu sagen, ja, wir messen die Range vorher, weil da ist ja immer wenig los und dann gibt es den Ausbruch und den handeln wir dann und dann wird man steinreich in Minuten und können glücklich leben für immer und ewig vom Trading. Das hat sich dann natürlich als falsch herausgestellt, einfach deswegen, weil, wie es der Christian vorher gesagt hat, zu solchem Zeitpunkt ist der Markt extrem illiquide. Und schauen wir uns mal kurz zu einem historischen Zeitpunkt an. Wenn es dann so einen Ausbruch gibt, muss ich das mal ein bisschen größer machen, damit man das Chart einigermaßen gut sehen kann. Als Beispiel einfach hier diese lange Kerze hier. Sieht man eigentlich meine Maus, Chris? Das ist ausgezeichnet. Also gut zu hören. Auch die Teilnehmer folgen dir. Ganz gespannt und alles super zu sehen. Okay, klasse. Also hier eine, genau, eine, diese Kerze, das ist diese Ausbruchskerze, diese lange hier, die im Prinzip um 14.30 Uhr deutscher Zeit geschieht, weil eben eine Neuigkeit auf den Markt kommt. Und die sieht natürlich super aus. Wenn man jetzt vorher vor diesem Marktausbruch die Range misst, dann könnte man sagen, hier, dann ist ja hier auf jeden Fall Gewinn drin. Ja, Pustekuchen, wir haben es live ausprobiert. Da können Sie auch mal die alten Videos, ich glaube, der letzte wirklich exemplarische Fall kam im Dezember vor. Ich glaube, 6. Dezember war da die Veröffentlichung. Im Nachhinein sieht dieses Chart wirklich einfach klasse aus. Man geht hier rein, long aus dieser Range, die wir vorher ein paar Minuten vorher bilden. Wir gehen hier long und sind dann gleich ein paar Range-Größen im Gewinn eine Minute später. Das ist halt eben grundsätzlich nur selten wirklich handelbar, weil das ist in der Regel keine Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick- sich niemand in traut von den großen liquiditätsgebern die uns jederzeit bid und ask stellen und die und die wir im prinzip über gfd über die wie die an die wir über gfd rankommen ja die die sind einfach da sozusagen vorsichtig die wissen auch hier an solchen stellen gibt es vielleicht den einen oder anderen anfänger dem wir ein paar pips rausfischen können über solche sprünge und deswegen ich will jetzt keinen nicht unbedingt bösen willen unterstellen aber jeder hat ein profit gedanken und so ist es kann ich kurz ein ganz kurz zwei sekunden der witz ist also erst mal sagst du es ganz genau man muss auch unterscheiden liebe leute ich hatte unlängst auch wieder ein partner gespräch zwischen sage ich mal ausführungspreis und preis feed das sind auch zwei wesentliche unterschiede die leute prüft mal wenn ihr mit einem broker handelt welche preise der anzeigt und zu welchem er tatsächlich ausgeführt werden das ist tatsächlich ein unterschied auch da gibt es viele webseiten welche wo solche spread vergleiche gezeigt werden das sind aber in der regel nie die execution also die ausführungspreise die man tatsächlich als händler bekommt da gibt es eben viele die haben ein spread von 0 oder 0,1 und zwar dauerhaft das ist erstmal markt irreal das ist gar nicht möglich und andererseits wenn das so wäre auch in der ausführung da wird der broker wenn er denn auch alles ins eigene buch selbst nimmt kaum geld verdient sondern er partizipiert davon verlusten und das immer auch an dem thema wo eben solche wunderkerzen die illiquide dann gebildet werden und so was wird dann in der regel heraus genutzt zugegebenermaßen natürlich dazu führen dass auch viele kunden ist einmal über die klippe springen wenn ihr jemanden als broker oder marktzugang hat der eben auch gegen euch handeln kann ob es tut will ich wie gesagt auch nicht unterstellen aber zu solchen news wird eben auch der reale markt gern noch mal ein bisschen weiter gepusht so dass dann auch stops in der regel greifen beziehungsweise man wie du auch sagtest christoph viel später in den trade auch reinkommt weil auch natürlich markt technisch gar nicht anders begründbar aber man muss da wirklich aufpassen und da wird wirklich auch viel viel scharber getrieben was ich noch sagen will ist wir hatten im dezember in der tat am sechsten zwölften ein negatives beispiel wir hatten aber auch schon positive beispiele denn es gibt auch bei uns die positive slippage das wird auch bei vielen natürlich gekehrt das heißt die medaille hat zwei seiten auf der einen seite kann jemand einen negativen einstieg finden auf der anderen seite ein anderer ein positiveren ausstieg als er eigentlich wurde er wollte durch so eine slippage und haben auch mit dem andreas müller so den fett events auch viele beispiele gehabt oder auch generell wenn er den dax gerne mal tradet dass es hier eben auch durchaus positives slippage gibt die in der regel bei den meisten erstmal gar nicht existent ist beziehungsweise gar nicht auch weitergegeben wird an den kunden das ist ein kleiner aber feiner unterschied insofern gut dass du darauf eingehst und der screenshot selbst das hilft mir auf die sprünge das ist vom januar oder was also vom ja der ist jetzt vom januar das ist nicht der genau da leitest du wieder schön über das da haben wir dann ja gelernt wir haben darüber gesprochen im webinar im dezember wie wäre es denn wenn wir nach diesem event nach der großen kerze so die die kurzen minuten wo es erst mal dann sich neues gleichgewicht gefunden hat am markt wie wäre es wenn wir das verwenden um dann quasi den zweiten ausbruch der dann deutlich liquider handelbar ist um den wirklich durchzuführen und das hatte ich dann eben mit mit backtests unterlegt und habe dann einstellungen gefunden in dem mit dem wir mal unsere antrauen können an die ganze geschichte und hatte dann für januar das wollte ich live machen waren aber unterwegs deswegen habe ich quasi nur im nachhinein berichten können aber den screenshot den gab es eben der ist wirklich vom live konto und da haben wir eben hier eine ganz kurze zwei minütige range gemessen und dann den ausbruch daraus gehandelt aber nur den ersten nur den allerersten und dann das zeigt gleich noch kurz gleich nachher noch wie wir dann vom money management von genau money management und deal management hervorgehen wie wir dann prinzip den deal weiter managen und da bin ich jetzt ja dass das hat auf euro dollar dann gut geklappt und das hatte ich auch nur auf euro dollar laufen die anderen tabs die sie offen sehen das sind andere strategien die haben nichts mit news trading zu tun sondern ich hatte wirklich nur diesen tab mit dem orb mit dem open range breakout er versehen und wie gesagt das hat ein bisschen gewinn gebracht ich glaube ich hatte 0,5 prozent vom von vom kontokapital eingesetzt und es gab dann nachher 0,7 prozent war dann der gewinn man sieht es hier ein bisschen 0,5 prozent ist dann ein error also eine eine range größe und der gewinn danach heraus kam hier der short deal verbinden verbunden mit dem closing des short deals hier am trailing stop war ein bisschen mehr als ein r vielleicht 1,2 1,3 r sowas um den dreh gut und dann habe ich bin immer so auf dem thema robustheit das wort schon ein paar mal gesagt was ist robustheit einer strategie das ist eben nicht nur wenn man jetzt mal für zwölf monate ein backtest macht und sieht ja da funktioniert was ganz gut sondern es muss es gibt ein paar ja ein paar robustheit test also ist dieses dieser backtest den wir jetzt gemacht haben für die letzten zwölf monate ist der aussagekräftig und da kann man einerseits kann man den wichtigen ja gibt ein paar wichtige teste oder zwei wichtige der erste wäre ein so genannte out of sample test also außerhalb der der grundgesamtheit muss man testen prinzip also nicht der grundgesamtheit ist sondern außerhalb der das der datenprobe die man die wir verwendet haben also diese letzten zwölf monate müsste man diese einstellungen nehmen und vielleicht noch mal zwölf monate zurückgehen um zu testen hat das ja hat das was auszusagen auch in einem zeitraum wird bei dem wir nicht diese einstellungen für den wir nicht diese einstellung im prinzip optimiert haben dadurch kriegt man sich raus haben wir was über optimiert oder nicht ein zweiter wichtiger robustheitstest ist auf einem anderen auf einem anderen symbol zu testen ja also wir haben ich habe hier auf euro dollar diesen trading plan entwickelt zu dem kommen auch gleich den behalten auch gleich bei und habt ihr jetzt mal auf dollar kann dollar getestet auch ganz interessant weil dollar kann dollar beziehungsweise die kanadier haben wo sie immer ja fast immer oder vielleicht sogar immer so exakt gleichen zeit auch ein arbeitsmarktbericht herauskommt also auch da größere ausschläge zu erwarten dollar kann dollar war von daher wichtig oder interessant zu sehen und ich habe eine falsche falsche ist hier dieses dieses tab ich habe dann hier mal für die letzten 13 monate war ab anfang januar die tests gemacht für dollar kann dollar können sie hier wenn sie hier auf meinen blog gehen mein für fx punkte e forward slash blog können sie das sich auch mit auf ihrem bildschirm anschauen wenn sie möchten und habe eben exakt die gleichen trading regeln jetzt mal auf dollar kann dollar getestet um im prinzip die robustheit dieses trading plans zu in einem ersten robustheit test zu checken habt dann unter dem strich gesehen ich weiß man kann ja durchblättern das also gehen wir mal kurz ein zwei durch weil nicht allzu viel zeit dazu verlieren sondern ganz kurz ich stelle den link auch gleich mal rein und zur sicherheit aber ansonsten ich gebe dir recht wir sind schon von der zeit schon wieder relativ fortgeschritten und du musst auch noch auf die money management regeln eingehen und eben dann wie dein fahrplan für heute ist ansonsten an alle ich check ich stelle euch den link direkt mal rein da könnt ihr dann parallel sozusagen ein bisschen auch noch mal gucken was da also hier ist jetzt gerade im chat für alle reichen genau genau also zum beispiel hier im januar 2019 gab es ein breakout hier nach unten der war erst im plus hat aber nicht gereicht um ihn in gewinn um den stop loss in gewinn zu ziehen über trailing stop und wurde dann im prinzip beim break even ausgestoppt im februar war es im prinzip perfekt es gab einen schönen ausbruch der wurde gehandelt und im trailing stop im gewinn wurden wir geschlossen gab natürlich auch ein paar schlechte wie zum beispiel im märz sieht man sich nicht ganz so gut gab ersten ausbruch nach unten und der wurde dann nivelliert und liefen in stop loss unterm strich alle 13 ergebnisse also januar 2019 bis januar 2020 hatten ein gewinn von circa 0,5 r also 0,5 mal die range in grundsätzlich das ist nicht arg viel aber es ist grundsätzlich es sagt mir auch es ist zumindest so eine ja es ist zumindest eine bestätigung dass es jetzt keine kein harakiri aktion ist die wir hier auf euro dollar machen es wäre mir nicht genug um jetzt das auf diesen trading plan jetzt auch auf dollar kann dollar anzuwenden da will ich noch ein bisschen weiter forschen da halte ich sie dann natürlich auf dem laufenden insbesondere wenn sie sich für meinen blog interessieren und unsere weiteren webinare die wir auch weiterhin machen werden mit christian und der gfd das damit sie sehen wie sich das weiterentwickelt also es ist im prinzip eine ständige lernkurve es gibt da auch der markt verändert sich weiter und deswegen muss man da immer dranbleiben und jetzt kommen wir zu dem trading plan den wir hier ja uns zurechtgelegt haben mal gucken dass wir den auf eine seite bekommen hier die genau jetzt haben wir den also die range messen wir zwischen 14 33 und 14 35 behandeln ausschließlich den ersten ausbruch und die range dient die das eben als risikomass r der stop loss der ist automatisch bei ein r in klammern plus spread und der stop loss wird auf den einstags kurs nachgezogen nicht nachgezogen wenn der deal 2 im gewinn liegt und ab zwei ne ab drei er gewinn trailern wir mit 2er trailing abstand bis wir in den tag profit bei 5 er laufen wenn wenn das ja das passiert im prinzip fast nie das ist im prinzip nur eingestellt damit wir wirklich die gewinne laufen lassen können soweit sie eben ja laufen können immer vorkommen genau genau jetzt stelle ich das ganze mal im er ein ich will ich lasse jetzt hier heute nur mal den euro dollar laufen weil wie gesagt dollar kann dollar bin ich nur nicht zufrieden mit den tests und jetzt hier auf ja auf index cfds will ich es auch machen aber da bin ich auch noch nicht so weit dass wir hier eine schlagkräftige strategie haben jetzt ist das hier der er der open range breakout deluxe er und den müssen wir jetzt ja mal richtig einstellen ich habe den schon mal von vorherigen einstellungen macht leicht voreingestellt und mit dem müssen aber noch anpassen also müssen 13 33 bis 13 34 machen wir machen keine range ausweitung das heißt wir lassen sie einfach so brutto für netto wie sie eben ist mal kurz gucken also sie ist ich schreibe ist ja 13 33 13 34 weil es natürlich auf server zeit ist nach der gfd live no to server ist eine stunde zurück von der deutschen zeit wir machen keine range begrenzung bei diesel zell by sell beides erlaubt kein ma filter keine richtungsumkehr eine handels endzeit geht mir vor 15 uhr 59 mez das ist dann natürlich 14 uhr 59 also einfach falls kein money management event stattfand bis dahin also kein stop loss oder take profit dass wir dann einfach das ding beenden weil dann ist dadurch die new situation vorbei hier das tp vielfache von r ist fünf break even machen wir bei zwei den trading stop setzen wir bei drei r ein und der wird mit zwei r hinterher gezogen gegen die das können wir alles gleich lassen maximale deal anzahl pro tag machen wir nur eins rein und jetzt machen wir 0,5 prozent wie das letzte mal equity risiko vom equity und ja wir machen nur ein deswegen hier könnte man noch ein lot multiplikator nach einem verlust machen aber das fällt ja in dem fall raus weil wir nur einen ausbruch handeln und ja alles andere sind auch nur relevant wenn wir mehr als einen ausbruch handeln genau freitag erlaubt das ist wichtig dass wir das ja ein dass das oft schuh steht für den heutigen handel und dann können wir hier mal auf ok klicken da tut sich jetzt im moment noch nichts weil es eben noch nicht 13 uhr 34 und 59 sekunden ist bis 35 wir werden dann im prinzip die range erst dann sehen wenn wenn es wirklich soweit ist genau was soll jetzt noch sagen die ja ich wollte ihnen noch genau einen kleinen hinweis geben also ich habe noch es lohnt sich dabei zu bleiben wir sehen jetzt ein paar minuten sehen wir den ausschlag können darüber sprechen was da passiert und diesen er da habe ich auch wieder ein kleines schmankerl für sie sie kennt es vielleicht von den letzten malen ja den werden sie für ihr gfd konto kostenlos bekommen können wenn sie das möchten die ansonsten kostet der in der basisversion 55 euro in der deluxe version 125 euro sie können aber für ihr gfd konto kostenlos bekommen sage ich nachher noch mal mehr dazu wenn wir hier durch das nonfarm payroll trading durch sind genau was ich noch sagen wollte ich habe schon mal daran gearbeitet an einer weiterentwickelten version von diesem mfx open range breakout der sich dann speziell aufs news trading bezieht den habe ich hier mal getauft nfp range breakout funktioniert im prinzip genauso von der technik her aber hat jetzt nicht nichts zu tun mit mit einer zeit range die eben jeden tag platziert wird sondern mit man kann im prinzip dann das datum einstellen also vielleicht ja die daten zu denen man handeln will also zum beispiel jetzt eben 7. februar und dann ich glaube das nächste ist weiß ich nicht 6 6 märz oder sowas ist der nächste müssen wir mal schauen so jetzt haben wir die nonfarm payrolls hier veröffentlicht bekommen oh ja bei dollar kann dollar das sieht man hier das war sogar ein schönes gap runter also dollar ja was ist dollar ist dollar ist schwach oder ist dollar stark gegen euro ist er stark gegen kann dollar ist er schwach aber die aktien reagieren positiv auf die nonfarm payrolls auf die veröffentlichung und natürlich beim kanadier auch noch auf die kanadischen payrolls auf die plage müssen wir mal gucken wie sie waren schauen hier ganz kurz wo ist es hier die nonfarm payrolls us dollar waren 225.000 statt der 160.000 vorhergesagten und bei den kanadiern auch sehr sehr gut 34.000 zusätzlich statt 15.000 erwartet die die arbeitslosenrate ist aber gestiegen auf 3,6 das war so nicht erwartet auch spannend die quote ist hochgegangen also das war nicht erwartet die fällt ja kontinuierlich eigentlich ganz spannend und jetzt geht es gleich auf dem an dein algo ich habe nur noch eine ansage für den udo auf jeden fall jeder teilnehmer der hier registriert ist bei dem webinar bekommt im nachgang noch mal die aufzeichnung zum webinar und auch noch ein kleines gimmick on top also checkt eure e-mails webina wollte schon sagen eure e-mails dann spätestens montag bekommt sie die aufzeichnung super genau ja also ein ganz großer ausschlag war es jetzt nicht was hat man hier so gut zehn pips die es erst mal runter ging die sind jetzt erst mal wieder weg vielleicht wegen der arbeit wegen dem zweiten blick auf die arbeitsmarktrate auf die arbeitslosenrate das weiß man immer nie das sind ja auch riesige algorithmen immer am werk also das sind unsere unsere algorithmen die wir hier drauf laufen lassen im prinzip kinder forschen dazu was da die großen hedgefonds und banken analysieren die analysieren einfach nur die headlines und machen dann riesen deals drauf um natürlich auch eventuell stop levels abzufischen und so weiter oder einfach den markt in bewegung zu bringen um wirklich hier die volumen zu platzieren zu können und ja hoffentlich eben wird aus deren sicht hoffentlich zu davon zu profitieren das ist er hat viel auch viel mit kai zu tun künstliche intelligenz wird das sehr viel schon eingesetzt da ja das sind das sind dann aber auch wirklich riesige computerprogramme am werk dieser auch ständig im prinzip ja immer größer werden und mit immer mehr daten arbeiten genau und jetzt müssen wir mal abwarten was hier kommt sind es noch anderthalb minuten bis unser er ans werk geht ab dieser kerze die sich jetzt entwickelt hier ab dieser aktuellen wird unsere range gemessen also da hat sich jetzt schon deutlich beruhigt man sieht auch die kurs ausschläge sind nicht mehr so stark auch der spread ist im prinzip in ja in normalen verhältnissen schon schon wieder und das ist eben die intention jetzt hier hinter dem handel der 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 post nfp range weil es da einfach zwei kerzen sind die er einem normalen markt entsprechen aber der markt wird natürlich weiterhin diese neue diese neuigkeit verarbeiten und deswegen ja den kann ich mir eben vorstellen dass jetzt unser trading plan auch in zukunft ganz gut funktioniert mal warten gibt gerade aktuell irgendwelche fragen vom von den teilnehmern christian nur der jan hatte doch eine sache über jfd wertpapiere auch tesla wird bei uns hier gehandelt sowohl als cfd als auch als echte aktie tesla war ja unlängst da der ja wie soll man sagen der high flyer der aktien unglaubliche entwicklung also bis zu 9000 prozent konnten ja hier mit dem ersten einstieg da verdient werden also krasse historie einmal mehr techs sind hier am start und ansonsten auf unserer website unter physische aktien da mal lesen da findest du alles weitere über den aktienhandel bei jfd ausländische börsen insofern nicht sondern das läuft alles über mtfs ab und ich sag mal liquidity pools auch wir arbeiten auch sehr eng mit der cboi zusammen aber da einfach mal reintauchen und wenn da spezielle fragen sind bitte an unseren kundenservice da geben wir dir dann ausführliche antwort ansonsten wie gesagt geht ja jetzt gleich los na zack wurde gerade die range gezeichnet die wird auch automatisch bis 15 nur 14 49 angezeigt so jetzt kam der ausbruch nach oben wir sehen hier dass der kleine blaue pfeil der wird vom ea platziert ich mache jetzt hier mal den in den vordergrund mit dem ich den chart in den hintergrund verschieben genau so jetzt sehen wir den genau jetzt gab es eben den ausbruch wie wir erstmal ein bisschen vorn das hat natürlich noch nicht viel zu sagen aber ist was ist wenn man natürlich jetzt erstmal gerne mit aber so sieht man jetzt gerade wenn sie am im dezember dabei waren wo es wirklich zuck 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 gab und wirklich schlechte ausführungen bekommen hatten jetzt kriegt mal wirklich gute ausführungen zu kurz zur erinnerung warum ist dieser pfeil jetzt hier ein bisschen oberhalb der blauen linie das liegt ganz einfach am spread die die der chart den sie sehen der ist natürlich auf mit kursen basiert wie im mt4 mt5 üblich und das heißt wenn wir bei einsteigen in einen deal dann ist natürlich der kurs der einstiegskurs immer ein bisschen höher als der aktuelle kurs weil der ea der misst wirklich den ausbruch auf mit kurs basis das ist wichtig weil eben wegen der variablen spread damit wir hier nicht ja wild im prinzip unnachfolgt nicht nachvollziehbar in dies reingehen die wir da ja die wir da bekommen aus so einem range ausbruch ja jetzt werden sich der deal entwickelt müssen wir mal schauen was über was gibt es zu sprechen sie haben jetzt erst mal den ea gesehen wie der funktioniert wie er läuft ich kann mal noch mal kurz ja da zeige ich jetzt mal nutze jetzt mal die zeit während das ganze sich jetzt vor sich hin dümpelt wirklich nicht allzu viel schwung am markt aber so mal gucken wo das hinläuft zeige ich jetzt mal ganz kurz wie wird denn wie sie den an den ea rankommen können hier kostenfrei und zwar gehen sie auf diesen folgenden link meine webseite meinvfx.de und dann vorwärtslash nfp für non farm payrolls genau christian könntest du diesen link mal in den chat stellen weil ich glaube ich habe keinen direkten zugang auf den chat hast du nicht momentan ich bin ja auch noch da und genau für sowas sage ich mal zuständig insofern selbstverständlich gleich rein gar kein thema und dann schauen wir was der markt noch macht der euro dollar ist ja generell auch schon nach oben gelaufen im vorfeld schon relativ zügig jetzt muss man mal sehen platz da sozusagen noch verfügbar ist richtig schauen guck mal ja jetzt geht schon richtung starke richtung unterseite mal schauen wie sich das weiterentwickelt aber auf dieser webseite kriegen sie wo ist das ist diese hier ein bisschen kleiner machen machen 100 prozent können sie eben diesen open range breakout eher kostenfrei erhalten für jfd für sie als jfd kunden wie gesagt schon mal erwähnt der kostet in der regel 55 euro in der basisversion 125 euro in der deluxe version sie kriegen komplett kostenlos wenn sie ein mt4 echt geld konto bei jfd haben wenn sie noch und das muss unser das muss unsere partnergruppe unserer werbe partnergruppe zugeschlüsselt sein und über ein gewisses mindestkapital verfügen sage ich gleich mehr dazu wenn sie noch kein konto haben können sie hier auf dieser webseite auf diesen partner link klicken hier von uns dann wird das wird ihr konto ihre kontoeröffnung automatisch unsere partnergruppe zugeschlüsselt genau wenn sie schon eins haben das aber noch nicht unsere partnergruppe zugeschlüsselt ist einfach eine kurze e mail an support at jfd bank mit der bitte um zuschlüsselung dann die wenn sie die er variante die lax haben wollen die sie jetzt hier gesehen hatten hier mit all diesen tollen auswahl möglichkeiten also range zeit range ausweitung range begrenzung in punkten und in atr vielfachen mit ma filter richtungsumkehr und so weiter und so fort inklusive auch lot multiplikator falls sie zu denen gehören die gerne mit lord verdoppelung zum beispiel arbeiten nach einem verlust ich persönlich mag das nicht so aber es gibt viele die damit sehr erfolgreich arbeiten und insofern will ich es anbieten genau das ist alles hier möglich in der deluxe version in der zeige ich immer auf dem chart die die basis version die hat im prinzip nur die die grundlegte die wichtigsten funktionalitäten also die die range fest die range zeiten eine handels endzeit das deal management mit tp be also break even und den trailing stops und dann der maximalen deal anzahl pro tag und dem die risiko im prozent das alles können sie hier machen in der basis version und die kriegen sie die basis version wird mit 2000 euro mindest kapital die die deluxe version mit 5000 euro mindest kapital dann genau müssten sie dem datenaustausch zustimmen dass das ich eben prinzip bei gfd nachfragen darauf ob diese ja ob sie ob ihre ob sie meiner werbe partnergruppe zugeschlüsselt sind und ob dieses mindest kapital vorhanden ist da haben wir um unsere lizenz verarbeit vereinbarung und agbs die können sie hier lesen die müssen sie einverständnis sein und sie müssen dieses angebot wahrnehmen bis nächsten freitag 14 der februar 18 uhr das ist im prinzip sind die bedingungen und dann können sie hier das ganze bestellen über dieses bestellformular sagen wir mal hier christoph enslin meine e mail adresse die können sie übrigens auch nutzen um mir eine e mail zu schicken wenn sie möchten ce at mindful fx.de dann hier ihre kontonummer reinschreiben auswählen welches der beiden ra varianten sie wollen dann ganz wichtig den bedingungen hier zustimmen dieses sonderangebots und dann wenn sie möchten kostenlos auch kostenlos und jederzeit abgestellbar unsere freitags mail die sie eben über unseren blog informiert wenn sie möchten dann jetzt bestellen klicken und dann ja kriegen sie den innerhalb von wenigen stunden wenn alle bedingungen schon erfüllt sind ansonsten bis dann alle bedingungen erfüllt sind ja kriegen sie die im prinzip dann zugeschickt den dna jetzt immer dieses dieses diesen monat haben wir kein glück mit dieser strategie im prinzip kein problem das ist teil des trading plans wir wollen jetzt nicht auf auf einen gewinn oder einen verlust setzen sowie letztes mal hat man im prinzip ein bisschen auch glück im januar da liegen der trading plan gut auf dieses dieses mal dieses mal nicht aber übers jahr gesehen verspreche ich mir eben eine gute gute gelegenheit hier gewinne zu erzielen das ist immer wichtig im trading natürlich das im auge zu behalten nicht jeder die kann in gewinn laufen das ist so und das werden sie im zweites fall auch feststellen nach einer gewissen trading erfahrung dass das einfach nur wenn sie diese vorstellung gehabt hätten dass die einfach unrealistisch ist genau aber ja so ist es das müssen wir heute akzeptieren am hammer ein prozent in ein halbes prozent vom konto verloren das waren 12 euro 50 wahrscheinlich ungefähr 12 50 13 euro rum das ist natürlich alles verkraftbar und damit eben solche verlustfälle verkraftbar sind natürlich das money management ganz ganz wichtig immer nur mit größenordnungen arbeiten die man langfristig durchhalten kann die einem immer die einen immer dazu beibehalten der haben immer dazu die haben immer am ball halten können ja also immer nur so viel einsetzen damit sie auch nach verlusten auch nach einer verlustserie immer weiter traden können immer weiter machen können sonst können sie das geld nie wieder voll verdienen wenn es mal wirklich komplett weg wäre ja das hast du hast du gut auf den punkt gebracht auch schön gesagt kalkuliertes risiko sage ich auch immer bei den webinaren oder anderen live events die wir haben oder auch im blog wenn ich dann auch schreibe muss man entspannt sehen weil verlieren ist hier in der trading branche eben tatsächlich teil des geschäfts und wenn man das kalkuliert das risiko nehmen mit einem positiven erwartungswert arbeitet hat man natürlich da auch schon möglichkeiten ich meine du hast ja selber gesagt du hast den algo momentan noch ein stück weit adaptiert oder sage ich mal experimentierst auch noch das tolle an der geschichte ist ja du kannst den algo im prinzip auch also jeder der den algo dann hat kann ihn ja ein stück weit auch individualisieren den open range zum beispiel für den dax am morgen gibt es ja oder oder den us open breakout vom s&p 500 ja das ist ja auch so nach dem us-handel die erste halbe stunde entscheidet theoretisch über den weiteren jahresverlauf sage ich schon tagesverlauf das sind ja so sachen wo man dann auch mit diesem algo ja praktisch umsetzen kann ja genau richtig man kann die uhrzeiten frei einstellen so wie man will das kann man natürlich auch testen und damit ist jetzt ja für wenn man wirklich die open range breakout strategie einfach so wie sie ursprünglich von den erfindern gedacht war machen will dann ist diese open range breakout er auch wirklich super geeignet dafür ich bin eben gerade dabei ist so eine news range breakout version dafür zu programmieren ich zeige dir mal der ist von den eingaben im prinzip jetzt erst mal gleich was er aber nicht hat ist genau ist hier ist hier unten hatte er hat der andere die mut dem montag dienstag mittwoch deutsch freitag filter und er hat jetzt den nfp filter beziehungsweise den ja ich habe jetzt erstmal den nfp filter getauft da ist sind dann die termine hinterlegt im code die da an denen der ea wirklich nur handeln darf das ist dann eben ein termin im monat das genau und dann muss man hier eben die uhrzeit noch einstellen die je nach zeitzone unterschiedlich ist da bin ich aber noch am feilen weil es dann weil es eben die zeitzonen oder die zeitumstellung gibt einmal im märz und einmal im oktober und da arbeitet der backtest im prinzip noch nicht sauber da muss ich zwei backtests pro jahr machen ja die eben mir dann einerseits die winterzeit deals korrekt geben und andererseits die sommerzeit deals korrekt abbilden und da will ich noch daran arbeiten dass das wirklich dann auch automatisch läuft aber ist schon insofern schon mal eine verbesserung dass ich nur noch zwei backtest brauche anstelle von ja wenn ich für ein jahr testet zwölf war ich dann zwölf monate jeweils mit einem termin backtest will wenn sie wirklich auf dieses monatliche news trading gehe genau und ich will es dann eben noch so aufbohren dass wir hier termine hinterlegen können zum beispiel das 7 februar oder wenn man da noch ein fett termin dazu schreiben will oder sowas dass dann das hier auch dass man die termine eingeben kann auch manuell um jetzt nicht nur nfp sondern eben andere geplante neuigkeiten handeln zu können das ist ja geplant ja also zum verständnis das heißt du würdest den algo sozusagen theoretisch auf einen server setzen mit den voreingegebenen daten und da würde dann immer nur ein entsprechender vorgaben dann immer nur die range zu dem zur fett oder zwei zb oder zu den enden von payrolls dann handeln ohne dass du den immer ein und ausschalten müsstest so ist es genau richtig ich meine so eine so eine so eine sage ich mal optimierung oder auch trade erleichterung ist ja genau das was einem die algos geben ich meine ob man das jetzt automatisiert macht oder halb automatisiert letztlich ist eine riesen handelsunterstützung um auch das eigene emotionale umfeld in den griff zu kriegen fängt auch schon an dass du eben das 0,5 r oder also prozent definierst das er definierst nach 0,5 prozent eines accounts oder ein prozent des accounts das sind eben ganz wichtige sachen des money and risk management und ich muss noch mal nachhaken hier in sachen der range und heute den non-farm payrolls also die volatilität generell also ich bin ja schon relativ lange wie du auch christoph am markt aktiv die ist ja sowas von enorm niedrig bei den indizes ohnehin schon wir hatten jetzt zwar wieder ein stückweiten auftrieb aber generell am währungsmarkt wie seit jahrzehnten fast nicht mehr also seitdem der markt sich dem retail markt geöffnet wo hat sozusagen um die 2000er herum sind wir jetzt auf einem historischen tiefstand was die ausschläge angeht das wird glaube ich auch kein dauerzustand sein denn du wirst dich erinnern in früheren zeiten bei den non-farm payrolls da schnippt der euro ist dollar nicht zehn pips hin und her sondern 100 also wirklich dass das zehnfache der aktuellen dynamik oder auch bei der nzb ich kann mich an tagen erinnern da hat er 400 500 pips in eine richtung gemacht das waren natürlich umfelde wo man sagt da sind wir weit weg momentan aber ich bin mir auch sicher die geschichte wiederholt sich im endeffekt es wird nach der jetzt sehr eingeschränkten volatilität auch wieder sehr stürmische phasen geben und da muss man sich auch darauf einstellen schrägstrich so ein algo natürlich auch anpassen ja und auch immer wieder sehen so ein ding so schön der ist lebt natürlich auch von der weiterentwicklung wie die du hast ja die künstliche intelligenz vorhin angesprochen qi wo man einfach sagt okay dass man ja hier eben auch eine weiterentwicklung hat neue daten integriert und sich da sozusagen auch immer wieder den marktverhältnissen anpasst ich meine blackrock mit ihren aladdin sage ich mal künstlichen intelligenz ist natürlich auch etwas wo er sämtliche ob das jetzt wetterverhältnisse temperaturen marktdaten aktienkurse was auch immer das ist da wird ja alles ausgewertet und das nimmt natürlich zu und das heißt auch hier in dem klassischen algobereich kann man natürlich dann auch nur sich die arbeit erleichtern aber dennoch muss man natürlich hier auch weiter forschen schrägstrich nicht über optimieren aber auf jeden fall optimieren und auch immer wieder anpassung vornehmen weil wie gesagt die volatilität schwanken das zeitzonen schwanken wobei wir mehr oder weniger irgendwann mal in europa vielleicht doch eine einheitliche zeitzone haben beziehungsweise keine sommer und winterzeit mehr wir werden mal sehen was da noch entschieden wird aber grundsätzlich bleibt spannend und wir wollen mal hoffen dass die volatilität mehr oder weniger wieder an fahrt gewinnt ich glaube es wird schon geschehen das mit ganz ganz großer sicherheit ja natürlich also ich erinnere mich als ich angefangen hatte im devisenhandel bei der hypo vereinsbank 2006 2005 2006 da war der euro dollar mark war da auch tot im prinzip da ging es innerhalb von zwölf monaten glaube ich zwischen lief zwischen 1 30 und 1 35 und ja da war im prinzip nichts nicht herrschte langeweile und dann natürlich kam der wissen alle was 2007 2008 geschah woraufhin natürlich die volatilität wieder extrem nach oben ging und deswegen auch wichtig sind wahrscheinlich solche solche algorithmen eben nie sagen wir jetzt für immer und ewig dauerläufer sondern man muss immer dranbleiben immer wieder backtesten wie hat sich der markt verändert was sind jetzt so vielleicht übliche schwankungsbreiten und also ich erinnere mich auch noch dann an eine strategie 2008 2009 bei der deutschen bank die da auch an kunden vermittelt wurde dass nämlich der open range breakout der nonfarm payroll ausbruch den erstmal abzuwarten und dann nach einer halben stunde also wenn so wenn es ein 1 1 1 1 halb big figures dann sich der markt bewegt hatte dann auf eine gegenbewegung zu setzen und das hätte wohl für dies für diese für den zeitraum recht zwei drei jahre wurde der back getestet hätte das sehr gute erfolge gebracht und wenn man das jetzt machen würden da ich glaube da wird man ja da wird man mehr oder weniger jedes mal verlust machen und deswegen eben wichtig dass immer weiter zu entwickeln und da eben am ball zu bleiben aber deswegen auch natürlich der sind die er die gute hilfe damit man sich um diese arbeit kümmern kann und nicht ständig auf den screen schauen starren muss um die trade setups zu finden sondern das nimmt einem dann halt der er ab jetzt wollte ich kurz noch erwähnen diesen news breakout er der jetzt noch in entwicklung ist wenn sie da weitere informationen haben wollen können sie sich hier auf den spezial verteiler eintragen der ist auch natürlich ganz kostenlos und unverbindlich hier einfach der ist auch auf der gleichen webseite ganz unten mindfulfx.de forward slash nfp und da halte ich sie dann auf dem laufenden hier einfach e mail adresse eintragen und dann wenn sie möchten unsere freitags mail mit abonnieren und dann auf hier bestellen klicken ja das ist es soweit glaube ich von meiner seite was meinst du chris gibt es noch fragen aus der runde die einladung an alle jetzt mal kurz ihre fragen noch loszuwerden sehr gut dass du sagst also wie du hattest im weiteren verhältnis deiner ausführung die fragen die dann am anfang auf kamen im prinzip durchaus abgearbeitet die frage zur aufzeichnung hatte ich beantwortet andreas schreibt auch gerade er hat einen code schnipsel den er dir auch geben könnte wohl im bereich der nfp schreibt er gerade das ist sicherlich auch ein kleiner joke gewesen beziehungsweise hat das sicherlich aber da hat ja jeder auch seine eigenen entwicklungen aber grundsätzlich ja wir haben heute ein gutes beispiel gehabt dafür dass es eben mit dem deal auch mal schief gehen kann aber kalkuliertes risiko ist eben teil des geschäfts und insofern staub abschütteln und dann wenn man eben dieses eine setup verfolgt muss man jetzt tatsächlich vier wochen warten beziehungsweise bis zu den nächsten nfps wie gesagt der open range breakout sagst du ja auch ist vielseitig einsetzbar erleichtert wie gesagt auch die einstecke schräg schräg die markt beobachtung und es gibt ja eben auch andere währungspaare und da haben wir ja ein riesiges universum die man sich eben anschauen kann und auch da ein bisschen forschen sollte was sich da wohl hier mehr oder weniger lohnt der markt wird spannend bleiben mit geringer wolle oder nicht aber ich denke wir sind jetzt hier relativ nah am ende wir müssen es auch nicht überziehen um gottes willen ich kann nur sagen wir werden eine aufzeichnung wie immer zur verfügung stellen auch deine angebote christoph vielen dank dafür dass du da auch die möglichkeit der möglichkeit ermöglicht doppelt gemoppelt aber eben den unseren kunden bereitstellt hier ja ein vorteil zu haben im rahmen dessen dass sie sich nicht selbst mit diesem alkohol von der programmierung her befassen müssen aber auch dazu werden weil das hast du gesagt hat dieses jahr noch mal sicher ein programm mir webinar workshop machen wir wieder vielleicht auch den nfp range auseinandernehmen beziehungsweise du hast das letzte mal auch mit umfragen gearbeitet auch da liebe leute nimmst gern den kontakt zu christoph auf über die website ihr habt ja da auch seine kontaktdaten wenn ihr euch da irgendetwas wünscht oder eine ea mal vorstellt dann können wir das sicherlich auch mal in einem live workshop auch mal angehen weil da sucht christoph auch immer wieder nach themen die hier sozusagen auf der zunge liegen also da sind wir wie gesagt nah am markt nah bei euch und ja schustert uns da mit fragen nur so zu und ansonsten wie gesagt haben wir jetzt wirklich die stunde knapp gut gefüllt wenn wir einen positiven trade abschluss hätten nice aber so zeigt sich auch eben dass wir das ganz relaxt nehmen wenn es dann eben auch mal nicht aufgeht wir werden auf jeden fall weiter dran bleiben in der gewissen regelmäßigkeit natürlich dich auch nach wie vor hier zu den non von payrolls einladen und dann danke ich dir an der stelle jetzt erstmal für die zeit und schicke beste grüße über den großen teich nach north carolina christoph vielen dank dass du dir die zeit genommen hast ja vielen lieben dank es vielen dank an sie alle dass sie dabei waren dass sie sich die zeit genommen haben und natürlich an chris und das jfd team dass ich hier bei euch webinar mit gestalten darf absolut absolut also wie gesagt freue mich auch dass du uns da immer teilhaben lässt an dein wissen und in dem sinne bleibt mir eigentlich nur noch dir ein schönes wochenende zu wünschen es kommt ein bisschen später weil du hast ja jetzt erst noch die morgenstund bei dir das heißt wir hatten früher in den feierabend einschwenken je nachdem wer hier wo zuschaut wir hatten sogar schon zuschauer aus osteuropa russland auch schon thailand war häufiger dabei also insofern lassen wir uns mal überraschen wann wer wann wer schon im wochenende ist oder es einleitet ich habe mich auf jeden fall gefreut dass ihr alle dabei wart reichhaltiges haus wieder gut besucht das freut mich interesse ist da und wenn er fragen und anregungen habt nicht nur an christoph bezüglich algos sondern auch an uns was können wir besser machen scheut euch nicht uns zu kontaktieren support at jfd bank punkt de und ansonsten in dem sinne christoph du hast schon ciao gesagt ich sag auch tschüss an alle schönen einstieg ins wochenende und viel erfolg beim trading einstieg ins